Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Assassin's Creed. Ich bin der Lord Langster und freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Und ich würde mal sagen, wir machen heute erstmal damit weiter, die Befreiungsmission in New York abzuschließen, damit die Stadt ein wenig zur Ruhe kommt. Und wir sind ja auch ein guter Mensch, zumindest glauben wir das. Und ja, jetzt waren wir schon dabei, jetzt machen wir das auch weiter. Vielleicht sind wir ja schnell genug, weil es gibt ja hier gar nicht so viele. Und vielleicht können wir ja dann heute noch eine Runde Schiff fahren. Müssen wir mal gucken, wie wir uns jetzt anstellen. Wir gehen mal direkt los hier zum nächsten leidenden Bürger, dem wir helfen werden. Weiß gar nicht warum, wahrscheinlich hat Connor einfach nur eine Langeweile. In Davenport ist nichts mehr los. Achilles ist tot und wir müssen uns ablenken. So, grüß dich. Ja. Wo warst du denn? Ich weiß nicht. Egal. Ich weiß, wer die Verräter sind. Nein, hier bin ich. Nein, hier. Sie haben Listen mit den Anführern der Patrioten. Wenn sie sie den Rotrücken übergeben, ist die Rebellion in diesem Teil der Stadt erledigt. Du musst sie irgendwie durch diese Fälschungen ersetzen. Loll. Oh, das ist er schon, oder was? Ach, schon wieder so eine Mission, wo ich hier so Sachen zustecken muss. Das ist immer ein bisschen doof. Da muss man sich so anschleichen und die sind immer so misstrauisch. Die blöden NPCs. Na komm, geh weiter. Es gibt nichts zu sehen. Was? Lol. Oh nein. Ja, das meine ich nämlich damit, ne? Das ist jetzt voll doof, sich dem da anzunähern. Ja, hochklettern wollte ich nicht. Können wir uns da auf die Bank setzen, oder? Ja, dreh dich halt um. Nehme ich mal einen Schluck zu trinken hier, ne? Wir sind direkt weiter. Gar nicht lang verweilen. Komm schon, komm schon, komm schon. Oh, ich dachte, der dreht sich um. Hat er auch. Okay, 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 jetzt sind hier natürlich Wachen. Das ist ja doof. Alles klar. Alles klar. Haben wir geschafft. Und hier ist direkt eine Seite. Wollen wir es probieren? Da oben ist sie. Ja, komm, probier mal. Connor klettert ja geschwind die Leiter hoch. Oh nein, wo fliegt sie hin? Wo fliegt sie hin? Ja, alles klar. Ja, cool. Die war ja relativ einfach. Ja, ich kann ja mal gucken, ob wir ein paar mitnehmen. Aber das sind auch wieder so viele. Und jetzt ist da oben wieder eine Mission. Die war doch vorhin aber nicht da. Und hier ist ja noch ein Ausguck. Guck mal, hier habe ich gar nicht mitgenommen. Ja, wir müssen uns sputen, viel zu erledigen, wie ihr seht. Und da stehen Wachen. Können wir ja nicht mal übers Dach gehen. Oh, alles so kompliziert heute hier. Zack. Ja, ich komme runter. So, warum waren wir denn da noch nicht oben? Ob es die stört, wenn ich hier hochkletter? Nö, Spock die gar nicht. Na ja, gut für uns, oder? So, pass mal auf, jetzt gehen wir da hoch und gucken uns hier um. Und auf einmal haben wir hier 50 Missionen mehr auf der Karte. Wetten? Wo komme ich denn hier hoch? Hm. Oh, jetzt hält der sich nicht fest. Alter. Was geht mit dir ab? Oh, 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 fuck. Oh, ich wollte eigentlich da noch gegen die blöde Leiter springen. Jetzt schießen sie mir gleich. Oh, 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 oh. Okay, okay, okay. Ach, Connor, ey. Guck mal, wo du uns jetzt schon wieder hier reingebracht hast, das gibt es ja überhaupt nicht. Lässt der sich da einfach runterfallen? Oh, nein. Scheiße, Scheiße, was mach ich denn jetzt hier? Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Hau ab. Hier ist nichts. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Ich kann mir den nicht schnappen. Soll ich mal pfeifen? Komm mal her. Warum komm ich denn an den nicht dran? Ist ja blöd. So, dann Kirchturm die zweite. Jetzt sind wir doch schon wieder voll am trödeln hier. So was blödes. Oh, wo bin ich denn jetzt hier? Irgendwo an so einer Gasse, wo ich gar nicht sein will. Das ist ruhig vorbei. Tadaa! So, dann probieren wir es halt nochmal. Ich hoffe, die sind jetzt nicht sauer auf mich, wenn ich hier einfach hochklettere. Geht. Was für ein Draufgänger, ey. Ja, wahrscheinlich, ich hätte halt eh drücken müssen, dass der sich irgendwo festhält, ne? Ich hab gedacht, das macht der automatisch. Nee, da fällt der runter, ey. Wir wären fast gestorben wegen dir, Mensch. So. Müssen wir wieder den armen Vogel vertreiben hier. Geh mal weg, geh mal weg. Jetzt komm ich dir. Ach. Ja, dass der da mal nicht abrutscht, ey. Der olle Poser. So, jetzt gucken wir mal, was wir hier bekommen haben. Ja. Ja, eigentlich gar nicht so viel, ne? Aber hier unten ist eigentlich noch ein unentdeckter Bereich. Dann gehen wir mal jetzt hier gen Westen und dann gen Süden und entdecken einfach mal diesen Bereich. So, da vorne ist es schon. Da können wir hinspringen. BAM! Nichts passiert, alles gut. So. Ach, den lassen wir jetzt, oder? Findet gefallen an den zwanglosen und leichten Paracross-Meißern und Tellern. Richtetropfen. Arbeite. Freizeit. Ich hab damit nichts zu tun. Lassen sie mich vorbei. Wenn ich den jetzt töte, dann wollen mich bestimmt die Wachen auch hauen. Wie stümperhaft die denn? Äh, der hat so'n kleines Messer und wir kriegen den nicht kaputt. Muss ich euch mal zeigen, wie's geht hier. So. So geht das. Habt ihr das gesehen? Ja. Mann, da muss der Connor erst kommen. Und das so ganz... Guck mal, jetzt ist aber echt Ruhe, ne? Ja. Der Connor räumt auf. Jetzt ist mein Missionsziel. Ach so, das war's schon, ne? Ach so. Ja, dann gehen wir mal direkt weiter. Und zwar hier rein. Direkt rein oder ins Unbekannte. Dass es sowas noch gibt, nach so langer Spielzeit. Ach so, ich muss aber in die andere Richtung. Hinein ins Nichts. Aber ich glaub, hier ist nix. Also, das ist ein gömischer Hinterhof mit einem Brinnen. Und ein Schaf. Äh, hier ist nix Tolles. Ja, gut. Dann, äh... Weiß nicht. Zwei müssen... Ja, 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 ja. So. Eine haben wir noch. Ja, das ging ja dann relativ flott. Was ist das hier? Das war Untergrund oder sowas, ne? Könnte man natürlich auch mal erkunden und zeigen. Aber das ist... Das ist relativ eintönig. Aber sehen... Ja, eigentlich... Eigentlich könnten wir da auch mal hingehen. Aber erstmal... Machen wir hier noch den Auftragsmord. Wie er läuft. Ja, ja. Wisst ihr, ist doch gar nix passiert. Die übertreiben immer so. So. Was ist das denn? Heute in der New York Morning Post. Animushack. Ach, das sind diese Cheats, ne? Ach so. Oh. Wie habe ich das jetzt gefunden? Zufällig. Ah, Mist. Da oben wäre ja auch noch eine Mission. Da müssen wir dann auch noch mal hin. Ähm... Ja. Äh... Ich glaube, wenn ich die benutze, dann kann man nicht mehr speichern, ne? Schahne hätte ich ja jetzt gerne mal gezeigt. Wetter, Mann. Ich glaube, damit kann man dann das Wetter bestimmen. Kann das sein? Ich weiß nicht. Na egal, weiter geht's. Äh, ja. Mal gucken, wenn wir hier jetzt hauen müssen. Jo. Das war's. Nice. Oder? Oh. Oh, 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 oh. 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 Die gleich wieder übertreiben müssen, Alter. Oh. Geil. Direkt noch mal einen gefunden. Hahaha. Lol. Woah. Woah, 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 woah. Woah, woah, shit, shit, shit jetzt müssen wir mal aufstehen. Jetzt müssen wir noch schnell, blah, bye. Ah, kämpfen. Schon wieder eine Hauptstraße hier, verdammt. Ich muss runter von der Hauptstraße. Boah, ihr fixer. Scheiße. Ja, wo gehen wir denn jetzt hin? Von wo schießen die denn? Die können mich doch gar nicht treffen, oder? Ist das nicht irgendwie... Heu? Nee. Na doch, da ist doch was. Was machst du denn hier? Nein, ich wollte das Gewehr, du Depp. Boah. Boah. Hältet mich nicht! Ich geb dir, Mann. Oh, nein. Aua. Okay, okay. Ich bin gleich weg. Na ja, mal so. Nee, das bringt nichts. Aber die geb ich. Ah. Oh, Scheiße. Sind ja alle so dicke hier jetzt. Geht mal weg hier. Ah, der war benommen. Der... Oh, Scheiße. Ich hab gedacht, den töten wir jetzt. Äh, wartet mal. Boah. Das hat aber gerumst, ey. Was haben die denn da gemacht? Haben die jetzt eine Granate oder so geschmissen? Ah. Oh, jetzt ist hier wieder so ein riesen Platz. Das geht gar nicht. Ich gebe nicht den Laufburschen für Tyrannen. So, weil wir untergetaucht sind. Und eigentlich... Ach, Idiot. Wir wollten noch mal einen Attentat machen, oder? Hm. Na, das können wir ja hier oben machen. Hier haben wir ja noch ein bisschen was. Oder? So, wir hier... Ah, hier sind wir, glaub ich, fertig. Boah, ist das weit. Lauf mal am besten hier links die Hauptstraße hoch, ne? Oder hier geradezu die Hauptstraße, genau. Immer geradeaus. Oh, na ne, man fährt, oder? Da geht�em schon schneller. Komm ich wieder durch? Jawoll! So. Lass mich durch, heiß und fettig. Tatu! Tah-tah. Oh, oh, oh! Welche Leute sieht man manchmal so schlecht? Wenn die Einen sich direkt vorne stellen? Oh, der ist mir aber.... Oóhhh,.... Lauft mir nicht rein. Oh my god. Ach, mecker doch nicht rum. Hä, hab ich jetzt den Würfel angeklickt, ich Depp? Ach, tatsächlich, da ist ein Würfel daneben. Machen wir mal so, ne? Vorsicht, Vorsicht! Oh, das ist aber... Sind sie von links und rechts mitten auf die Straße gelaufen, wo hätte ich denn dahin ausweichen sollen? Geht überhaupt gar nicht, ja? So, vielleicht können wir jetzt einen Attentat machen, pass mal auf. Was im Wolfsbau, da trinke ich mal einen Schluck drauf. Und da sind wir wieder weiß. Da ist immer wieder weiß. Wir sprachen gerade über eure Erfolge. Das Militär scheint hinter euch her zu sein. Ich habe sie aufgeschreckt. Das macht unser Vorhaben nur noch schwerer. Der Mann, den wir jagen, hat sich versteckt. Und das im Schutz seiner Soldaten. Dann kämpfen wir uns zu ihm vor. Schier unmöglich. Selbst für einen Mann mit euren Fähigkeiten. Doch ich habe eine unkonventionelle Idee. Ihr seid unser Gefangener. Und wir präsentieren euch für das Kopfgeld. Ich glaube, das war meine Crew, oder? Also meine Lehrlinge, sozusagen. Das Mädel war da, der Typ war da. Eigentlich waren alle da. Es geht gleich weiter. Moment. Ich habe gerade die Hände nicht frei. Ich muss gestehen, ich bin da jetzt gar nicht richtig drin, wen wir da jetzt noch verfolgen. Und wer jetzt da noch wichtig ist. Wir gehen da einfach mal hin und lassen uns als Gefangenen vorführen und benutzen Attentate, oder? Das ist der Plan. Mal gucken, ob ich das umsetzen kann. Wahrscheinlich wieder nicht. Wie immer. Bei mir läuft ja immer alles nach Plan. Wie? Warum ist denn das so weit weg hier? Ich muss mich durch. Dann können wir noch ein bisschen die Atmosphäre aufsaugen. Nach 30 Stunden haben wir das ja noch nicht genug getan. Das geht jetzt aufs Schiff, oder was? Aha. Das geht jetzt aufs Schiff. Ist das die Geheim-Eskorte jetzt, oder? Scheiße. Jetzt habe ich wieder nicht gelesen, was ich nehmen muss. Ich habe nur T drücken gelesen. Aber wahrscheinlich die Geheim-Eskorte, oder? Locken wollen wir ja niemanden. Und einen Hinterhalt. Die Autoritäten auf. Das ist klar. Alles klar. Ach scheiße, jetzt habe ich sie aufgelöst. Ich dachte, auslösen, dass wir losgehen. Aber jetzt habe ich sie aufgelöst. Ich Idiot. Warte mal. Das ist er. Dieser Handling? Macht das einen Unterschied? Der Commander wird sich seine Hand nicht. Ich wünsche, ich könnte zusehen. Und das werde ich nicht tolerieren. Formiert euch! Das sind aber ganz schön viele da auf dem Schiff. Guck mal, der eine springt schon runter. Der weiß schon, was passiert. Ah, der hat sich das nochmal überlegt. Oh je, das sind aber echt viele. Aber wir können ja gleich unsere Kameraden mal dazu. Oh, oh, oh. Warte, 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 warte. Was machen wir denn da jetzt? Wir machen ja aufwiegeln. Die sollen jetzt alle kommen, oder? Oh, ich will gar keinen Durchblick mehr. Ah, scheiße. Sind meine Kollegen jetzt da, oder? Oh, 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 oh. Oh nein. LOL, jetzt haben die mich mit runtergeschissen. Ey, was bist'n du für'n Assi, ey. Oh, jetzt schießt der auch noch, das ist ja krank. Okay, 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 komm mal her, komm mal hierher. Oh, jetzt ist aber mal gut hier. Ich will nicht wieder runterfallen. Oh, oh. Ich brauch' ne Waffe. Oh, jetzt kommt da noch mehr. Oh nein. Oh, ich hab' Leertaste gedrückt. Halt durch, halt durch. Oh, halt doch durch. Oh nein. Oh, scheiße. Hab' ich jetzt echt abgekackt. Ähm, ja, da muss ich Gadgets benutzen, glaub' ich. Das hab' ich jetzt gar nicht gemacht, ich Idiot. Äh, toll, 300 Meter wieder. Ach, das tut mir jetzt aber leid. Äh, da haben sie mich aber jetzt, äh, ganz schön vermöbelt, hier. Und ich hab' manchmal das Gefühl, wenn dieses rote Dreieck dann auch nicht da ist, äh, dann kann ich das auch nicht kontern. Weil manchmal sieht man ja dann die Animation und ich drücke dann schon ein E. Entweder ist es dann zu spät einfach, oder der Effekt ist nicht immer da. Also ganz komisch. Aber gar keine Ausreden jetzt hier, ne. Wir schaffen das jetzt ganz einfach. Wenn wir dann da wieder ankommen, nach 10 Minuten. Naja, so weit war's das mal nicht. Mit dem Pferd ging's dann auch ein bisschen schneller. Oh, 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 tut mir leid. Uiuiuiuiuiui. Das war ein Unfall. Sorry. So, da müssen wir jetzt nochmal das hier nehmen, ne. Und... Diesmal nehmen wir die Rauchbombe, weil das ist echt viel los da oben. Das ist er? So drei Meter vor denen so Hände auf den Rücken genommen und dann kommen da zwei andere Typen in Uniform an und schon ein bisschen gefangen. Oh, 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 oh. Verdient die Todesstrafe. Wir wollen euch nicht kontrollieren oder unterdrücken. Wir wollen nur für Sicherheit im Angesicht von Chaos und Kriegssorgung. Die Bürger von New York müssen um jeden Preis beschützt werden, wen sie auch unterstützen. Es scheint, diesen drei Männern war euer Wohlergehen egal... Und das werde ich nicht tolerieren. Oh. Was geht denn ab? Warum passiert denn jetzt nichts? Achso, muss ich die auflösen. Oh. 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 Ah, diesmal haben wir aber besser ein Drift. Oh, aber der, ey. Tja. Ja, diesmal war es ein bisschen einfach mal. Ah ja, jetzt haben wir also unsere Crew vergrößert, glaube ich. Toll, jetzt habe ich die Axt nicht mehr. Ich habe doch gerade diese Achsen. So, Schlüssel für Thun im Osten New Yorks erhalten. Naja, okay, brauche ich jetzt nicht mehr. Ich glaube, das war es jetzt soweit. Wir haben 28 Minuten. Dann könnte ich ja mal, komm, wir gehen mal ins Geschäft. Wir haben ja so viele Fälle, kann ich das jetzt einfach so hier verkaufen, wenn ich da hingehe? Ich würde sagen, wir probieren es einfach aus, ne? Oh, oh. Boah, also heute sind wir irgendwie nicht so gut im Klettern. Das ist wahrscheinlich noch früh am Morgen. Hört man wahrscheinlich auch, dass ich so ein bisschen, ich weiß nicht, so noch nicht so ganz wach bin. Was wollt ihr von mir? Ich gehe einfach ins Geschäft, oder? Boah, 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 Boah. Ich bin im Visier! Null, der ist einfach... Null, was ist mit dem passiert? Der ist einfach zusammengesackt. Aber warum? Oh, ich wollte doch die Axt! Mann! So Meister, wo kann ich denn hier... kann ich... handeln? Ich möchte dir... Sachen verkaufen. Alle Gegenstände, 8000 wert. Ja, das machen wir einfach, oder? Wahrscheinlich kann man die ganzen Pelze für irgendwas gebrauchen, um irgendwas zu bauen, aber... Wir machen das jetzt einfach 8000. So... Ja, jetzt haben wir 20.000. Jetzt, äh... Gehen wir noch schnell zum Schiff, oder? Jetzt gucken wir natürlich noch, ob wir irgendwas dran bauen können. Und dann haben wir nämlich so eine kleine Vorfreude auf dem nächsten Part, wenn wir wieder Schiff fahren. Jetzt kann ich die Axt auch noch mitnehmen. Äh... Zack, und... Warte, hier hin... So... Müssen wir noch reinzoomen... Ja... Müssen wir mal gucken... Irgendeine Verstärkung fehlte uns, glaube ich, noch. Die war sau teuer. Und du gibst mir doch bestimmt eine neue Mission. Wieder da? Was hast du diesmal für mich? Ich brech' zusammen! Dafür hast du dir den letzten dieser Briefe redlich verdient. Lass mich wissen, was du findest! Ah, noch eine Schatzsuche, ne? Geil! Okay. Super. So... Was haben wir denn hier? Ausgerüstet, ausgerüstet, ausgerüstet... 19.000! Brandgeschosse! 19.000! Da geht's ja schon wieder gut los! Oh mein Gott! Sehr effektiv gegen größere Schiffe! Verbessertes Ruder ist natürlich nice! Na, dann holen wir uns das verbesserte Ruder und... ...die Spitzgeschosse! Was? Durch das verbesserte Profil bewegt sich das... ...bewegt sich diese Munition schneller und richtet größeren Schaden an. Oh, das ist nur für die Drehbasen. Ja, dann wär' natürlich Brandgeschosse schon geil! Aber die sind ja sau teuer, ey! Ich hätt' schon gern das verbesserte Ruder. Das nehmen wir jetzt auch mit! Und... ...und... ...sparen wir jetzt noch mal 10.000? Aber wo... ...wo hol' ich denn jetzt noch mal 10.000 her? Großartige Missionen haben wir ja nicht mal, ne? Haben wir doch eigentlich alles! Okay, dann machen wir die Drehbasen noch fertig und... ...damit ziehen wir dann in den Krieg, ne? Aber erst im nächsten Part! So! Zapzerab! Gib mal her! So! Und, ähm... ...ja, dann bedanke ich mich schon mal fürs Zuschauen und, äh... ...im nächsten Part geht's dann wohl wieder auf eine maritime Mission! Wird bestimmt wieder geil! Mal gucken! Ich muss mich mal dran erinnern, dass ich den Sound eventuell ein bisschen leiser mache! Das war auf dem Schiff ja immer ziemlich laut! Oder ich muss einfach mal lauter reden! Aber das ist ein Problem für den nächsten Part! Äh, wir haben's für heute geschafft! Ich hoffe, es hat euch gefallen! Hinterlasst mir einen Kommentar, wenn ihr möchtet! Und... Ich spiele hier mit dem Herrn noch ein bisschen! Bis ihr wieder da seid! Beim nächsten Mal! Einen schönen Abend oder Tag euch noch, ne? Bye, bye! Euer Langster!